Die Bühne bieten. Die Stahlnummer 70 wird Stefan Christoph aus dem Cleverfit aussehen. Das ist nicht die Stahlnummer 70. Jetzt trinkt die Stephan Christoph aus dem Cleverfit-Husso. Start Nummer 53, der Katja Held aus dem Hall of Cross. Anything that's from heaven, show it now what we're fighting for. We're done with the question, we make it stop and run for more. Weiter geht's mit der Start Nummer 54, Gavaressa Faas, Fatima Baurama. Oh, I know where we're headed, I'm willing, I'm ready to go. We've been driving so fast, we just need to slow down and just roll. Anything that's from heaven, show it now what we're fighting for. We're done with the question, we're taking us up, come fight some more. We gotta fight, 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 fight. We gotta fight, 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 fight. Start Nummer 146, die Kim Milbach vom Team Holzer auf der Bühne. We gotta fight, 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 fight. We gotta fight, 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 fight. Love we gotta fight, 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 fight for this love. And that's what heaven is about, no, 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 no. Vielen Dank. Und die anderen darf ich bitten, aufzuschließen auf die Linie in der Reihenfolge ihrer Startnummer. Die 73 bitte auf das Kreuz. Kommen wir jetzt zu dem Vergleich. Aufbauen. Ein Durchbrückes. Jawohl. Sehr schön. Sein Weg. Kannst du schön aufmachen. Gegener Land. Sehr schön. Beide. Eine vierte Drehung nach rechts. Hoch. Das Wort kann da. Hoch raus. Jawohl. Sehr schön. Eine vierte Drehung zur Rückenansicht. Und 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 eine vierte Drehung zur Frontansicht. Eine vierte Drehung. Und eine vierte Drehung. Und eine vierte Drehung. Eine Vierteldrehung zur Rücken-Ansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und eine Vierteldrehung zur Rücken-Ansicht. So, jetzt holt euch noch mal euren Verdienten. Applaus ab, das war die Werte der Regierungser. Da werden wir auf jeden Fall die Landsleisterschaften auch mit bereichert mit den Athleten. Und ich darf euch bitten, auf der anderen Seite die Bühne zu verlassen und euch für die Siegerehrung bereit zu halten. Noch einen Riesenapplaus, tolle Damen und Herren. Wir können hier zum Liedersicht durchlassen. Dankeschön. Dankeschön.